Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit Deinem Gastgeber Crystal Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Viele Menschen haben den Feind in den eigenen vier Wänden, ohne dass sie es mitbekommen. Ein Feind, der ihnen das Leben deutlich schwerer macht, als es eigentlich sein müsste. Ein Feind, der gefühlt in Sekundenschnelle für gute oder schlechte Stimmung sorgen kann. Es geht um die Körperwaage, die Körpergewichtswaage als Feind in den eigenen vier Wänden. Ich stelle mich morgens rauf und je nachdem, welche Zahl da draufsteht, bin ich entweder gut oder schlecht gelaunt. Und viele Menschen nehmen sich diese eine Zahl so sehr zu Herzen, identifizieren sich teilweise damit, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt nochmal ein Video dazu machen und ein bisschen dazu aufklären, dass die Waage eben nicht alles ist. Das heißt, wenn du dich sehr sehr oft auf die Waage stellst, vielleicht sogar täglich, dann ist diese ROCKTV Folge die richtige für dich. Wenn du schon länger versuchst, dein Körpergewicht zu reduzieren, Körperfett zu reduzieren, mehr oder weniger erfolgt, dann ist diese Folge die richtige. Wenn du sportlich intensiv unterwegs bist und die Waage als zusätzliches Instrument zur Optimierung deiner Vorgehensweise verwenden möchtest, dann bist du ebenfalls hier richtig bei ROCKTV. Denn willst du werden gescheit und schlau, schaust du regelmäßig ROCKTV. Und in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Christy Rock, ich bin Gründer und Inhaber von ROCKSports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität. Dann rüber hinaus gibt es noch ROCKKITCHEN, unsere feinsten Bio-Gewürze und so weiter. Viele, viele feine Sachen, die du hier unter ROCK-Sports.at findest. Auch verlinkt in der Video- und in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir die Inhalte gefallen, wenn du ein Mehrwert davon hast, dann freue ich mich, wenn du unser Feedback da lässt. Ein Dankeschön, ein digitales in Form eines Abos, eines Algorithmus-Kommentars und natürlich eines Likes. Damit kannst du uns helfen, dass wir unseren kleinen, feinen Kanal noch weiter stark wachsen lassen. So, aber jetzt gehen wir direkt ins Thema rein. Meine Frage an dich. Was sagt denn das Körpergewicht über deine Gesundheit aus? Was sagt das Körpergewicht über deine Körperkomposition aus? Stichwort Muskelmasse, Körperfettanteil. Was sagt das Körpergewicht über deine sportliche Leistungsfähigkeit aus? Was sagt das Körpergewicht über deine Optik aus? Was sagt das Körpergewicht über deine Ernährung aus? Du siehst, wenn du diese Fragen wirklich richtig beantworten möchtest, dann wird irgend so eine Rückmeldung kommen wie, naja, da muss ich schon noch mehr wissen als das Körpergewicht. Und genau darum geht es. Das Gewicht, das Körpergewicht per se ist eine Variable von vielen. Ein paar Beispiele. Body Mass Index. Körpergewicht und Körpergröße. Diese zwei Variablen laufen in diese Kennzahl mit ein. Die Körperkomposition etc. läuft nicht mit rein. Laut BMI bin ich übergewichtig. Bin ich das in Realität? Nein, bin ich nicht. Weil der Body Mass Index die Körperkomposition, Körperfettanteil, Muskelmasse etc. nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn ich jetzt nur das Gewicht hernehme und damit alles andere versuche zu vergleichen, wird es über kurz oder lang nicht funktionieren. Nächstes, niedriges Körpergewicht. Ist es per se gesund? Muss es auch nicht sein. Klassisches Skinny-Fett-Model. Skinny-Fett bedeutet, die Damen und Herren sind zwar optisch sehr, sehr schlank. Wenn man die dann aber auf eine Körperfettmaßwaage stellt, eine Bio-Wage beispielsweise, da gibt es verschiedenste Varianten, wie man Körperfett misst, dann wird man feststellen, dass der Körperfettanteil dieser Person extrem hoch ist. Dann denkt man sich, okay, wenn ihr die Person da optisch anschaut, es schaut vielleicht sogar ansprechend aus, aber die Körperfettwerte sind furchtbar hoch. Wie passt das zusammen? Skinny-Fett. Das ist meistens eine Folge von extrem niedriger Kalorienzufuhr, bei gleichzeitig extrem niedriger Proteinzufuhr. Das heißt, der Muskel, der uns vielleicht einmal gegeben hat, der hat keine Kalorien und auch kein Protein, um zu wachsen oder sich zu erhalten. Und auf der anderen Seite wird dann noch ganz, ganz viel Ausdauertraining gemacht, damit ein Muskel ganz, ganz wenig zu suchen, hat es vereinfacht formuliert. Das heißt, niedriges Körpergewicht sagt nichts aus, ob man gesund ist oder nicht. Und viele von uns kennen vielleicht einen typischen Raucher oder Raucherin, kenne ich noch von meiner Kindheit, die optisch extrem schlank sind, weil sie halt sehr, sehr viel rauchen. Ich denke jetzt an konkrete Personen und das ist völlig wertfrei gemeint, die halt, wenn es mal einen Hunger gibt, zum Klingstängel greifen, führt auch wieder dazu, relativ wenig Kalorienzufuhr, relativ wenig Protein. Als Raucher macht man in der Regel auch weniger Sport und das in Kombination führt einfach dazu, dass man sehr, sehr schlank ist, aber die Körperkomposition vielleicht nicht im Sinne einer langanhaltenden Gesundheit ausfällt. Das heißt, du siehst schon allein anhand von diesen paar Punkten, dass das Körpergewicht nur ein kleiner Puzzlestein von vielen ist und einfach nicht auf eine gesunde Lebensweise oder Sonstiges rückschließen lässt. Das heißt nicht, dass dieser Wert Blödsinn ist, aber ich möchte heute konkrete Punkte zeigen, wie du diese Kennzahl verwenden kannst und wie du sie bitte nicht verwenden solltest. Das schauen wir uns ganz konkret an. So, und hier habe ich bewusst noch Punkt, Punkt, Punkt hergeschrieben. Die Dinge, die ich hier erwähne, sind natürlich immer Beispiele. Mein Ziel ist, dass ich die ROG-TV-Folgen immer kurz und knackig halte und da kann man natürlich nicht alles umfassend machen. Ich behaupte auch, dass es nicht notwendig ist. Es geht nur darum, das Ganze zu versinnbildlichen. Für mich eine coole Analogie, die ich immer gerne bringe, ist, das Gewicht deines Autos, das du hast, sagt jetzt nichts per se über die Leistungsfähigkeit aus, über die Geschwindigkeit, die es fahren kann, über die Beschleunigung, über die Verzeihung, über die Seitwärtskräfte, die es vertragen kann. Das ist nur das Gewicht. Klar, man kann tendenziell sagen, sehr, sehr viel Gewicht brauche ich in der Regel deutlich mehr Leistung, um es entsprechend bewegen zu können. Ja, aber recht viel mehr kann ich gar nicht aussagen. Das heißt, an dieser einfachen Analogie siehst du schon, das Gewicht per se, das bringt uns nicht ans Ziel. So, dass wir uns jetzt einmal anschauen, in Bezugnahme auf das Thema Wiegen, was steckt denn da genau dahinter? Wenn ich jetzt Körpergewicht messe, dann wirst du feststellen, okay, im Tagesverlauf, wenn du dich öfters pro Tag auf die Waage stellst und ich kenne Damen und Herren, sie sich drei bis viermal auf die Waage stellen, morgens, mittags, abends, etc., dann wird man feststellen, dass die Gewichtsschwankungen teilweise relativ hoch ausfallen. Du wirst auch herausfinden, dass die Gewichtsschwankungen im Wochenverlauf sehr, sehr hoch ausfallen. Und ich möchte einfach einmal zeigen, wo diese Gewichtsschwankungen herkommen und das nur, weil du jetzt plötzlich zwei Kilo schwerer bist als gestern, dies nichts mit Muskelmasseaufbau zu tun hat, aber auch nichts mit Körpergewicht oder Körperfettreduktion zu tun hat, wenn du von gestern auf heute eineinhalb Kilo abgenommen hast. Schön wäre es oftmals, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Typische Faktoren für die Gewichtsschwankungen. Da wirst du jetzt relativ schnell feststellen, ui, ein, zwei Kilo auf oder ab, ist eigentlich völlig wurscht auf österreichisch. Fangen wir an mit dem Darminhalt. Wenn du etwas isst, gelangt das in den Magen. Nach dem Magen gelangt es in den Verdauungstrakt, in den Darm. So, und wenn man das alles zusammenfasst, je nachdem wie beispielsweise fettreich du dich ernährst oder ballaststoffreich, dann kann das die Verdauung verlangsamen und kann dazu führen, dass einfach über kurz oder länger viel Nahrungsinhalt in deinem Verdauungstrakt ist. So, das kann sich schnell einmal auf zwei bis drei Kilo addieren. Zwei bis drei Kilo, das ist viel. Wenn du dann einmal für große Jungs und große Mädels gehst, dann kann es passieren, dass ein Teil davon den Körper verabschiedet. Wenn du dich vorher wiegst und danach wiegst, dann kannst du jubeln und sagen, juhu, ich habe abgenommen. Das Beispiel zeigt aber, dass das nicht Körperfett ist aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern was anderes. So, Mageninhalt. Wenn du etwas isst, wenn du ein großer Esser bist, das sind übrigens typische Werte, da habe ich sogar schon einmal mehr gesehen. Beim Mageninhalt, natürlich, wenn du einen halben Liter Wasser trinkst, dann noch eine große Mahlzeit und dann noch eine Nachspeise dazu und dann vielleicht noch einen halben Liter Wasser, dann bist du relativ schnell bei 1 bis 2, vielleicht sogar mehr Kilogramm. Mageninhalt. Dritter Punkt, Schwitzen. Und auch das ist natürlich nur ein Beispiel. Wenn du bei heißer Außentemperatur Ausdauertraining betreibst, einen Berglauf machst, also wirklich intensiv trainierst, dann sind 2, 3 Kilo Schweiß oder 2, 3 Liter Schweiß super easy weg. So, wenn man jetzt sagt, gut 1 Liter Schweiß circa 1 Kilogramm, dann sind relativ schnell 3 bis 4 Kilogramm weg. Das ist zack und weg. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Körperfett abgenommen habe nach dem Training. Kann natürlich auch sein, aber ist in der Regel im Vergleich minimal. Aber du hast halt sehr, sehr viel Flüssigkeit verloren. Dementsprechend Körpergewichtsreduktion. Das nächste ist, das kann ich beispielsweise aus dem Wettkampf täten. Zucker und Salzzufuhr. Du kannst mit der Zucker und Salzzufuhr relativ gut dein Gewicht beeinflussen. Klassisches Beispiel, ein Insider für die Wettkampfvorbereitung. In der letzten Woche vor dem Wettkampf adaptiere ich ganz bewusst meine Kohlenhydratzufuhr. Man sagt in etwa, für jedes Gramm Glykogen, das ist sozusagen die Speicherform der Kohlenhydrate bei uns im Körper, für jedes Gramm an Glykogen werden circa 1 bis 3 Gramm Wasser gespeichert. So, wenn ich mir jetzt einmal anschaue, typischer Körper, er hat irgendwo zwischen 400 und 1000 Gramm in etwa einen Glykogenspeicher. So, wenn ich das jetzt mal drei rechne, dann bin ich irgendwo auf 1,5 bis 3 Kilo Wasser, was ich allein nur durchs Einsparen dieser Kohlenhydrate reduzieren kann beispielsweise. Das heißt, wenn ich mir eine Glykogenspeicher lehre, Verzeihung, und das bewusst beispielsweise durch eine geringere Kohlenhydratzufuhr oder im Rahmen einer Low-Carb-Diät, naja, dann werde ich relativ schnell sehr, sehr viel abnehmen. Das hat aber nichts mit Körperfett zu tun, sondern in aller Regel ist das dann einfach Wasser, das mit dem auch verbrauchten Glykogen aus dem Körper rausgeht. Das heißt, du siehst allein an diesen Beispielen, wie viele Kilogramm das auf und ab bedeuten kann, Verzeihung. Und hier noch ein ganz wichtiger Punkt für die Damen der Schöpfung, der Hormonhaushalt. Wenn du dich in der Periode wiegst, wird da oftmals deutlich was anderes stehen, als wenn du dich außerhalb der Periode wiegst. Können auch zwei, drei Kilo sein, Wasser beispielsweise. So, und diese Spange darüber, diese Spange über diese Gewichtsschwankungen, da habe ich dann hergeschrieben, ein bis zwei Kilogramm pro Tag sind völlig normal, wenn du all diese Punkte hernimmst. Darminhalt, okay, plus drei Kilo, Mageninhalt plus zwei Kilo, Schwitzen minus vier Kilo, Zucker weg minus zwei Kilo beispielsweise. Du siehst, da ergeben sich relativ viele oder relativ hohe Gewichtszahlen, wenn man die summiert. So, und dann sind ein bis zwei Kilo pro Tag in Wahrheit völlig wurscht. Lange Rede, kurzer Sinn, die ist natürlich keine erschöpfende Liste, aber sie zeigt, dass Gewichtsschwankungen völlig normal sind. Du musst trinken, dementsprechend wirst du Gewicht zunehmen. Du musst essen, dementsprechend wirst du Gewicht zunehmen. Du musst auf die Toilette gehen, darum wirst du Gewicht reduzieren und so weiter. Wir Menschen sind hormongesteuert, dementsprechend wird auch das irgendwie zusammenführen. Wenn du beispielsweise zu viel Sport machst, zu intensiv trainierst, was passiert? Es können Wassereinlagerungen im Körper passieren. Kann sein, dass dadurch kurzfristig dein Körpergewicht ansteigt. Das heißt, du siehst, das ist multifaktoriell, das Thema Gewicht. Und das sollte auch zeigen, dass die Waage als Feind in deinen eigenen vier Wänden selbst gemacht ist. Das Gewicht ist gut, die Waage ist ein super Instrument, super easy, kostengünstig, aber man darf nicht zu viel rein interpretieren. So, was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich an. Hier noch links kurz symbolisiert, wie wir in der Theorie glauben, dass die Gewichtserhaltung passiert. Habe ich einfach eine waagerechte Linie gezeichnet. Die Praxis zeigt aber ein ganz anderes Bild. Nämlich zickzack, zickzack auf unter völlige Nicht-Linearität, sondern richtig schöner wie ein Herzschlag kann das ausschauen. Einmal mehr, einmal weniger, einmal mehr, einmal weniger. Das ist völlig normal. Was wichtig ist, ist, wie das ganze im Mittel ausschaut. Und da kommen wir jetzt dann gleich zu den konkreten Tipps. So, richtig wiegen. In Wahrheit in drei Schritten möglich. Punkt Nummer eins, wie du dich richtig wiegst. Mach das nicht täglich. Kannst du machen, musst aber damit rechnen, dass einfach gewisse Schwankungen drinnen sind, die das Ganze nicht sehr sauber machen. Meine Empfehlung ist es, wiege dich einmal pro Woche, so mach sich relativ lange schon und bin damit gut gefahren. Wiege dich einmal wöchentlich, beispielsweise sonntags, wenn du morgens im Adams- oder Eva-Kostüm aufstehst, vielleicht noch kurz auf die Toilette gegangen bist und dann stellst du dich auf die Waage. Immer zu gleichen Bedingungen. Ohne Kleidung, nach der Morgentoilette, nach dem Aufstehen, ohne irgendwelche zusätzliche Kleidung. Immer zu gleichen Bedingungen. Und da bitte auch darauf schauen, da hatten wir auch schon die eine oder andere Überraschung. Schau bitte, dass die Waage gut auf einem festen Untergrund steht. Kann es auch helfen, so mach sich beispielsweise, dass ich eventuell unebene Untergründe mit drei Messwerte kontrolliere. Das heißt, ich stelle mich auf die Waage drauf, nehme das Gewicht, dann drehe ich die Waage um 90 oder 180 Grad beispielsweise, stelle es ein bisschen woanders hin und schaue, ob die Werte variieren. In der Regel tun sie es nicht, aber damit könntest du auch den Untergrund noch ausschalten. Das heißt, Punkt Nummer eins, nicht täglich wiegen, auch nicht mehrfach täglich wiegen. Die Aussagekraft hält sich das sehr, sehr in Grenzen, sondern macht es deutlich seltener. Wie gesagt, für mich funktioniert einmal pro Woche ganz, ganz gut. Und was da noch spannend ist, da kommen wir dann gleich beim dritten Punkt auch noch dazu, dass eben nicht nur das Körpergewicht spannend ist, sondern auch ein paar andere Variablen. Punkt Nummer zwei, Umweltbedingungen bitte immer berücksichtigen. Was heißt das? Umweltbedingungen sind zum Beispiel diese Punkte hier, diese Gewichtsschwankungen. Auch wenn du dich immer zu den gleichen Bedingungen wiegen, wiegst, kann es sein, dass trotzdem gewisse Umweltbedingungen, Verzeihung, die habe ich deshalb hier in Anführungszeichen genommen, weil es in der reinen Definitionssache keine Umweltbedingungen sind, aber einfach damit reinfließen. Wenn du zum Beispiel zwei Tage sehr intensiv Sport betrieben hast und am dritten Tag du dich dann wiegst, dann kann natürlich dieses hart intensive Training nach sich ziehen, dass gewisse Wassereinlagerungen passieren. Und dementsprechend kann das zu einem anderen Messergebnis führen. Das heißt, bitte berücksichtige immer, was war die letzten zwei, drei Tage davor, vor dieser Wiegung und berücksichtige das mit. Das heißt, bitte das immer als Gesamtes betrachten und eben nicht nur jetzt genau nehme ich das Gewicht und genau jetzt nehme ich die Bedingungen, sondern auch immer das, was davor passiert. Ganz, 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 ganz wichtig. So, Punkt Nummer drei, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, das Gewicht bitte nur als eine Variable sehen. Eine Variable von vielen und nur in der Gesamtbetrachtung kannst du dann tatsächlich eine Mehrwert aus dieser Zahl rausziehen, so wie wir es vorhin schon gesehen haben. Niedriges Körpergewicht sagt nichts über deine Gesundheit aus. Niedriges Körpergewicht sagt nichts über deinen Muskelanteil aus, etc. Das heißt, Gewicht bitte als eine Variable von vielen betrachten, dann funktioniert es gut. Du musst natürlich auch mit betrachten, wie schaut es mit dem Energielevel aus. Wenn du jetzt zwar drei Kilo leichter bist als letzte Woche, aber dein Energielevel ist sowas von am Boden, du hast null Power, du gainst den ganzen Tag, du hast null sportliche Leistungsfähigkeit, dann ist das natürlich nicht wirklich vergleichbar, außer du möchtest zu wenig Energie haben. Übrigens, gerade das Thema Energielevel, da kann ich dir empfehlen, dass du zu uns ins Rockprinzip schaust, wenn du da lernen möchtest, wie du langanhaltend ein hohes Energielevel schaffen kannst und das trotz Körperfettreduktion. Nächster Punkt kann die Optik sein. Wie schaut es denn aus bei dir im Adems, im Eva-Kostüm? Hat sich da was verändert? Hat sich die Körperkomposition eventuell verändert? Oder eine typische Messmethode ist das Gürtelloch. Kannst du vielleicht das Gürtelloch enger schnallen, obwohl du vielleicht gewichtstechnisch immer gleich bist? Dann kann es sein, dass vielleicht deine Ernährung irgendwie anders ist, weil du vielleicht weniger Darminhalt hast und sich daher das Gürtelloch leichter schließen lässt oder enger schließen lässt. Das heißt, du siehst, das hängt alles zusammen. Und genau diesen gesamtheitlichen Blick, den gibt es bei uns auch beim Rockprinzip und den möchte ich dir auch bei RockTV mitgeben. Auch wenn wir Sportnahrung produzieren, auch wenn wir Nahrungsergänzungsmittel produzieren, ja das ist nett, das ist gut, aber nur durchs Essen von diesen Nahrungsergänzungsmitteln wirst du nicht gesund sein. Da gehört deutlich mehr dazu. Und genauso ist es hier auch beim Gewicht. Da gehört deutlich mehr dazu. Und ich möchte gerne diese Gesamtschau dir mitgeben und dieses Gefühl mitgeben, wie man als Gesamtes auf diese Sache draufschaut und sich eben nicht nur irgendwelche, im klassischen Cherrypicking, sich einzelne Argumente rausnimmt und die furchtbar überinterpretiert, so wie es oftmals im Social-Media-Bereich ist. Und hier der Punkt, den ich vorher erwähnen wollte, wenn du dir eine Waage kaufst, investiere einfach ein paar Euro mehr und kauf da beispielsweise eine BIA-Waage mit Handelektroden. BIA heißt im Grunde nichts anderes wie Bioimpedanzanalyse und da wird mit, vereinfacht gesagt, mit einem Strom, der via Elektroden durch deinen Körper geschickt wird, die Impedanz gemessen, vereinfacht gesagt, der Widerstand. Und dann kann man aufgrund von diesem Wert Rückschlüsse ziehen, okay, wie ist denn die Körperzusammensetzung, die diesen Widerstand ergibt, vereinfacht gesagt. So, und ich habe beispielsweise für meine Wettkampfvorbereitung immer die BIA-Waage im Einsatz, weil dann kann ich eben nicht nur das Körpergewicht berücksichtigen, sondern beispielsweise auch das Körperwasser. Ich kann merken, okay, ich habe jetzt im Tracking gesehen, ich habe mehr Salz zugeführt. Mehr Salz kann dazu führen, dass mehr Wasser eingelagert wird. So, und das führt dazu, dass ich zum Beispiel mehr Körperwasser habe, aber insgesamt ist mein Gewicht reduziert. Das heißt, du kannst mit der Bioimpedanzanalyse zusätzlich noch weitere Faktoren mitnehmen, relativ kostengünstig. Beispielsweise auch Muskelmasse oder Knochenmasse, die verändert sich in der Regel relativ wenig, aber all diese Werte kannst du relativ einfach messen. Man muss dazu sagen, die Bioimpedanzanalyse, Waage, die sind in der Regel natürlich ungenau, das heißt, sind mit teilweise größeren Fehler behaftet, aber ich behaupte mal für den klassischen Anwendungsfall und wenn du immer diese Waage verwendest und immer den gleichen Fehler hast und Anführungszeichen, dann ist das wieder egal, da geht es vielleicht gar nicht um die absoluten Werte, ich habe so und so viel Prozent Körperfett, sondern ich sehe einfach den Verlauf. Ist in einer Diät das Körperfett tatsächlich weniger geworden oder habe ich vielleicht einfach nur Muskelmasse verloren? Das ist das, was ich in jeder Wettkampfdiät mache. Ich schaue, ob ich die Diät gut gemacht habe und möglichst viel meiner hart erarbeiteten Muskelmasse erhalten habe. Das kann ich nur, indem ich es messe. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du eine Waage kaufst, dann gib noch ein bisschen mehr aus und dann kannst du eine Bioimpedanzanalyse-Wage ins Haus holen, die dir deutlich mehr Informationen noch liefert. Und es gibt auch Bio-Wagen ohne Handelektroden, die quasi nur über die Beine messen und da ist meine Empfehlung, das ist einfach mit noch größerem Fehler behaftet. Warum? Der Strom nimmt im Grunde den kürzesten Weg, das heißt, es wird im Grunde ein Großteil des Körpers interpoliert und das kann einfach dazu führen, dass der Messfehler noch deutlich, deutlich größer wird. Das heißt, versuche einfach das Ganze auch mit Handelektroden zu kaufen. Kostet jetzt natürlich ein bisschen mehr, aber die Investition zahlt sich aus meiner Sicht auf alle Fälle aus. So, und wenn du diese drei Punkte berücksichtigst, dann kannst du aus der Kennzahl Körpergewicht viel, viel mehr Informationen rausziehen und dann lernst du vor allem einmal diesen Organismus deutlich, deutlich besser kennen. Das heißt nicht, dass du das machen musst, aber allein zum Kennenlernen ist das schon einmal extrem wichtig und wenn du dann merkst, okay, das Körpergewicht per se, das ist ja so ein kleiner Bestandteil in dem Gesamten, das sagt dir eigentlich nichts aus und ich habe mich jahrelang von diesem Gerät knechten lassen und das hat für mich den Tag entschieden, ob er gut oder schlecht ist und das morgens, wenn ich mich da drauf stelle, genau das Ziel ist es, dass ich dir zeige, dass das eben nicht gut ist, sondern regelmäßig wiegen ist gut, regelmäßig wiegen ist auch fein, kostet nicht viel und hat schon einmal eine gute Aussagekraft, aber ist eben nur eine Zahl und die darf man nicht überinterpretieren. Und wenn die Botschaft angekommen ist, dann freue ich mich, wenn du mir feines Feedback in die Kommentare schreibst, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, die vielleicht noch nicht bemerkt haben, dass sie den Feind im eigenen Hause haben und ich freue mich generell, wenn du uns einfach ein geiles Feedback hinterlässt, wenn du sagst, hey, die Zeit, dass du dir da genommen hast und das kurz und knackig zusammenfassen, das hat mir geholfen, denn mir ist geholfen, wenn du mir diese Rückmeldung gibst, denn mein Anspruch ist es, dass ich dir weiterhilfe, dass du weiterkommst. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, freue ich mich sehr auf dein Feedback und in diesem Sinne sende ich feinste Grüße aus dem Rockoffice und wünsche dir viel, viel Spaß beim richtigen Wiegen.